Ja! Alright! Yes! Und Matze Koch hat sich dazu geäußert. Wir gehen einfach mal ins Video rein und ich schaue mal, was der gute Matze dazu zu sagen hat, Leute. Leute, da sind wir auch schon. Das Video geht 9 Minuten 34. Ich weiß nicht, ob sich Matze die ganze Zeit dazu äußert oder ob wir sehr viel Ansitz-Deadbait-Fishing sehen von Matze. Was natürlich auch immer ultra spannend ist. Aber wird schon eigentlich nur das mit dem Bodden-Sehen hören. Ich meine, seine Meinung interessiert mich einfach, was er dazu zu sagen hat. Das Video heißt, Matze Koch, das war's mit dem Bodden, alles tot. Das klingt ja schon mal brutal. Okay. Typische geile Matzes-Mätzchen-Musik, oder? Typisches Matzes-Mätzchen-Musik, Mann. Hallo zusammen. Hi Matze. In folgenden Minuten möchte ich Stellung nehmen zu dem Fischsterben auf Rügen im kleinen Jasmunder Bodden, wegen dem mich viele von euch besorgt angeschrieben haben und das in den Medien ziemlich reißerisch behandelt wurde. Was sind die Fakten? Was sind die Wahrheiten? Reißerisch behandelt. Also entweder hat er da auf jeden Fall was gesehen, was ich jetzt nicht bekommen habe. Ich habe jetzt nur Artikel gelesen mit Fakten. Ich kann es nicht mehr genau, aus dem Kopf habe ich es nicht. 350.000 Fische oder so, die aus dem Bodden herausgefischt worden sind. Tote Fische, da die Schwarzziffern lassen wir mal weg, die können wir ja nicht irgendwie wissen oder so. Aber reißerisch habe ich jetzt gefühlt noch nichts mitbekommen. Also so wie zum Beispiel der Titel von diesem Video. Wir gucken einfach mal weiter. Ich versuche ein wenig Licht in die Sache zu bringen anhand von Zahlen und Fakten. Was die Ursachenforschung betrifft, ist es allerdings nicht möglich, eine hundertprozentige Aussage zu machen. Fischsterben auf Rügen, WWF und Ministerium und eins über Ursachen. Den Link habe ich euch sogar verlinkt, Leute. Das habe ich euch verlinkt in den Angel News. Ich glaube sogar genau diese Quelle mit. Genau mit diese Quelle. 19.01.2022. Ja, das könnte die sogar sein. Aber auf jeden Fall nichts reißerisches. Nur und eins über die Ursache. Meine Variante ist wohl die wahrscheinlichste. Da die Behörden aber etwas zu spät reagiert haben, ist es... Etwas zu spät. Waren, glaube ich, fast 14 Tage. ...leider nicht möglich, eine hundertprozentige Gewissheit über die Ursachen zu bekommen. Ich finde auf jeden Fall schon mal die Aufmachung des Videos sehr gut. Ganz entspannt am Wasser. Weil am Wasser kann man sich immer richtig geil unterhalten, oder? Ist doch immer nice, oder? Entspannt am Wasser, da hat man immer geile Themen. Da kann man deep talken, philosophieren, alles was dazu gehört. Nee, ist wieder zäh. Die Fische sind alle tot. Die sind ausgestorben und verkauft worden nach China als Fischmehl. Genau wie die Botten. Ey, aber die Brille steht dem, das muss man sagen, ey. Die gefällt mir ja gut. Die gefällt mir ja gut. Die sind auch tot, ne? Da ist kein Fisch mehr zu fangen. Mause tot nach dem Fischsterben, ne? Ich kann mir vorstellen, dass viele, viele Angler ihnen angeschrieben haben und denken, dass jetzt im Botten alles, alles tot ist. Ich weiß noch, als im Botten... Habe ich doch in der letzten Angelnews erst berichtet. Nochmal, weil da nochmal eine neue Studie rausgegangen ist. Zur Berufsfischerei und zur Hobbyfischerei. Okay, aber im Botten war doch auch diese, diese... Als das Video rauskam, wo die Berufsfischer mehrere Tonnen an Hecht rausgeholt haben. Und da hieß es auch, oh ja, im Botten sind keine Hechte mehr, braucht man gar nicht rein. Braucht man gar nicht, braucht man gar nicht mehr angeln, ne? Also kann ich mir vorstellen, dass viele, viele panisch reagiert haben und ihnen angeschrieben haben. Hey Matze, ich glaube, der Botten ist dead. Soviel jedenfalls zum Thema Fake News, ne? Ja, man muss tierisch aufpassen, was man heute so weitererzählt. Und viele leiten, ohne es böse zu meinen, Dinge weiter, die einfach falsch sind. Das mir auch schon passiert. Da ging es um so Demonstrationen, die angeblich jetzt aktuell stattgefunden haben. Und dann stellte sich raus, die waren schon Jahre alt. Also man muss alles sehr genau prüfen heute. Und selbst Zeitungen. Hatte ich auch schon häufiger. Ich hatte häufiger so Themen auch, wo ich dachte, krass, krass. Dazu musst du auf jeden Fall berichten. Und dann ist mir erst aufgefallen, dass es entweder schon mehrere Jahre alt ist, der Artikel. Oder aber, dass es einfach komplett an der Nase herbeigezogen war. Oder dass man das nicht mehr richtig wiedergeben konnte. Na, auf jeden Fall. Und dann fällt das unglaublich schwer. Denn nach diesem Fischsterben, wegen dem mich viele von euch angeschrieben haben, wo ich ein paar Takte dazu sagen möchte, im Jasmon da Bodden, da gab es auch ein Fischsterben auf Usedom. Jetzt auch Fischsterben auf Usedom, hat er in der Zeitung getitelt. Die wollen halt verkaufen, ne? Da gab es so ein Pumpwerk. Und da sind irgendwie Brassen und Weißfische auf dem Strand gespült worden, die dann da verendet sind, weil da gar kein Wasser war. Das waren 20 Kilo. Da hat eine Zeitung getitelt, jetzt auch Fischsterben auf Usedom. Da wisst ihr Bescheid, was Fake News sind, nicht? Ich sag mal, selbst wenn es vier Fische wären, die da gestorben wären, wäre es ja auch eine Art Fischsterben. Aber wir wüssten alle, worauf die Zeitung hinaus will. Es geht nur darum, Exemplare zu verkaufen, Klicks zu generieren. Da war kurz mein Speicherplatz voll. Ich habe wohl länger nicht mehr den Ordner geleert, wo ich meine ganzen Aufnahmen gepackt habe. Habe ich jetzt aber mal gemacht. Weiter geht's. Kurz ein paar Zahlen, ja? Die Bodden sind unfassbar große Gewässer. Sie gehören mit zu den besten. Rügische Bodengasse, ja, 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 ja. Hechtgewässern Europas, wenn nicht der Welt. Es sind absolute Spitzengewässer. Und um euch mal ein Größenverhältnis zu geben, ja? Die meisten von euch werden die Gewässergrößen bei ihren Hausgewässern in Hektar messen. Ich auch. Die größten Seen hier in meiner Gegend sind 200 Hektar groß. Das ist so das absolute Ende der Fahnenstange. Sehr schön reingeschnitten, Alter, wie er sich umguckt. Oh, wie groß ist denn das hier? Spricht zwei Quadratkilometer. Die Bodden sind 1500 Quadratkilometer groß. Und da hat es tatsächlich einen Fischstärben gegeben, und zwar im Jasmunder Bodden. Beziehungsweise... Ey, das ist der Pie-Collector, den ihr da habt. Den habe ich auch. Den habe ich auch. Der ist geil, Mann. ...in einem Teil, einer Bucht dieses Boddens. Und das ist immer dramatisch. Das hing zusammen mit Einleitungen von ungeklärten Abwässern. Nicht mit Gülle in diesem Fall. Und einer Verkettung ungünstiger Witterungsbedingungen. Gab es da auch erst das Gerücht, dass Gülle eine große Rolle spielen würde? Noch Eis dazu, ja, Sauerstoffmangel. Und das hat dazu geführt, dass 30 Tonnen tote Fische eingesammelt wurden. Das sind überwiegend Brassen. Die möchte ich nicht schlechtreden. Die sind auch wichtig, ja. Aber es sind nicht Hechte, sondern es sind überwiegend Brassen, weil die am empfindlichsten ist. Das habe ich in meiner Jugend auch gemerkt, als wir 1979, ja, da habe ich schon gelebt, da war ich 13 Jahre alt, da hatten wir ein mega Fischsterben in Ostfriesland. Und überwiegend waren das Brassen. Da hatten sie sich Jahre... Das ist keine Brasse. ...vorher die Angler noch beklagt, was sie auch gefischt haben. Beim Federn, beim Stippen, beim Wurmangeln. Brassen, 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 Brassen. Die Natur reguliert sich dann irgendwann wieder. Und tonnenweise Brassen starben. Und dann war das wieder reguliert. Und es war deutlich besser. Ja, okay, das kann ich nachvollziehen. Was er meinte, ich kann nicht genau sagen, ob es jetzt beim Jasmo und Abon tonnenweise Brassen waren. In den Videos, die wir gesehen haben, waren auch sehr viele Raubfische zu sehen. Auch sehr viele Brassen, ist schon richtig. Aber auch Hecht und Zander und Barsch. Auch alles, alles zu sehen. Aber es kann natürlich sein, dass der Hauptanteil Brassen waren. Oder Hauptanteil Friedfisch. Das kann natürlich gut möglich sein. Es muss natürlich immer auch irgendwie ein bisschen mehr Friedfisch geben als Raubfisch, oder? Aber es kommt auch aufs Gewässer an. Jetzt ist das auch so. Da sind Brassen gestorben durch eine unglückliche Vergettung von Umständen. Aber mein kleines Verhältnis ist ja. Die Fischer, die da teilweise mit Schleppnetzen, mit so Zugnetzen, auch auf Weißfisch angeln und die dann verkaufen. Ich weiß nicht genau, was wir damit machen, ob da irgendwie Fischmehl draus gemacht wird oder was. Aber die werden auf jeden Fall verwertet. Die können auch schon mal eine Tagesausbeute von 20 Tonnen einfahren. Genau, das hatten wir ja auch bei dem Hechtfischer. Der hatte ja auch mehrere Tonnen an Hechten daraus geholt. Dann wisst ihr, was da jetzt passiert ist mit dem Fischsterben. 30 Tonnen. Das ist so gut wie nichts. Das ist immer dramatisch. Das ist immer schade. Aber deswegen mich anzuschreiben, Matze, muss ich mein Guiding canceln. Ja, Leute, echt nicht. Das sind immer noch unfassbar fischreiche Gewässer. Und da könnt ihr ohne Bedeutung... Matze macht Guidings? ...denken, eure Guidings buchen. So sieht es aus auf dem Boden. Kurz zur Info, weil mich viele von euch angeschrieben haben. Da muss man also überhaupt keine Angst haben, dass da jetzt keine Fische mehr sind. Nur hier bei mir, in den Poldern, da sind gerade keine Fische mehr. Man hat ja so einen Eindruck. Nee, es gibt halt Tage, da ist den Fischen das Maul wie vernagelt. Und das kann sogar auf dem Boden mal sein. Aber weniger Fische? Definitiv nicht. Okay. Also ich denke mal, die Botschaft ist vorangekommen. Also wir hatten schon Kackfischsterben gehabt. Der Ausmaß war schon groß. Aber im Verhältnis zum Gewässer ist es dann, oder auch im Verhältnis mit den Fängen der Berufsfischerei, ist es dann noch einfach, sagen wir mal, nicht so krass. Aber trotzdem, der Ausmaß ist natürlich kacke. Und auch, dass die Gründe nicht hervorschworen sind, ist natürlich auch kacke. Aber Matze will natürlich ein bisschen den Ball flach halten. Sagen wir es so, kein Stress, Leute. Es reguliert sich wieder. Die Natur fängt das wieder auf. Und das will Matze an der Stelle sagen. Und da bin ich auch auf jeden Fall mit auf seiner Seite. Ich denke auch, dass sich der Bodden auf jeden Fall davon wieder erholen wird. Dass man sich da keine Sorgen machen muss. Und alle Leute beim Bodden, die da fischen wollen, auch noch weiter fischen können. Ich denke, das ist gar kein Problem. Ohne Witz. Ich denke, das ist gar kein Problem. Also da bin ich auf jeden Fall auf Matzes Seite. Kommt da noch was? Was mir beibemerkt, der kleine Jasmunder Bodden, wo es dieses Sterben gegeben hat, der ist ein abgetrennter Teil der Bodden. Das ist wie ein See. Das ist auch ein Grund für das Fischen. Okay. Schmale Heide mit Feuersteinfeldern. Weil der Sauerstoffdurchsatz da nicht ganz so gut ist wie auf den offenen Bodden. Und der ist durch eine Schleuse abgetrennt von den großen Bereichen. Und die ist nicht mehr befahrbar. Also es muss sich wirklich keiner Sorgen machen, dass er deswegen sein Guiding canceln muss. Das macht wirklich keinen Sinn. Im Gegenteil. Die Guides dort, die haben alle schwer genug zu kämpfen durch die ganze Krise, weil die verrücktesten Vorschriften herrschen. Teilweise Berufsverbot über Monate hinweg. Aber jetzt wegen Corona. Also bucht eure Guidings und fangt eure Hechte. Im Gegensatz zu mir. Ich fang hier nix. Denkste zu früh geungt, du... Ich glaube, da kommt sonst nix mehr, oder? Ich gucke mal gerade. Ich spüre mal gerade vor. ...danken zu machen, dass er den Wechsel ermüllt, weil er es wie gesagt... Ich glaube, ich glaube, das war es. Ich glaube, die Meinung hat er geäußert. Also, wie schon gesagt, ich bin auf jeden Fall auf der Seite von Matze. Genau, meine Meinung. Fischsterben, was da passiert ist, scheiße. Aber die Natur wird sich auf jeden Fall wieder regulieren. Und auch trotzdem nochmal hier, ich hatte es in den Angelnews auch schon gesagt, großen, großen Respekt an alle Angler, die beim Aufräumen des Boddens geholfen haben. Und zum Thema Guiding kann ich nix sagen, Leute. Bucht eure Guidings, falls ihr Guidings haben wollt. In dem Sinne, dickes Petri an euch da draußen, Leute. Lasst es euch gut gehen. Und ich würde sagen, Leute, bleibt gesund. Das ist das Allerwichtigste. In dem Sinne, Kuss geht raus. Euer IC. Das ist das Allerwichtigste.